München ist bunt. Wir leben in einer offenen und vielfältigen Stadtgesellschaft und das soll auch so bleiben. Die SPD-Stadtratsfraktion kämpft für Toleranz, für Respekt, für Achtsamkeit und für die Gleichberechtigung aller. Wir stellen uns ganz entschieden gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus und gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit und Hass. Ich wünsche Ihnen allen, ich wünsche euch allen eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten.